Nächster Gentleman, liebe Pelikane, willkommen zurück bei TDFLP, euer Dinger am Start, wir sind hier wieder bei Dust Und ja, letztes Mal sind wir bei diesem coolen Dorf angekommen, haben übertrieben viele coole Quests bekommen Haben mit übertrieben vielen nicht so coolen Leuten gequatscht Jetzt sind wir weitergegangen Und Wir Laufen jetzt Diesen Turm hier hoch, so wie es aussieht Und bashen die hier alle weg, weil das alles richtig übertriebenste Lauchs sind Die einfach Ich weiß nicht, ob ich da runter darf Dann sterbe ich bestimmt, ne? Oh Gott, ich weiß nicht, wo ich hin muss, ich weiß wirklich nicht, ich bin so verwirrt Oh Gott, wo sind wir hier? Läufe ich jetzt wieder ganz runter? Oder? Ich weiß nicht Anscheinend ja, oder? Tatsache, hier waren wir ja Maaan Nein Alles ist gut Alles ist cool Nein Oh mein Gott, ich hab Angst vor ihnen Ich weiß nicht mehr, wie man die kontert Wie kontert man die? Die Firma dankt Spiel stopp Ich hab 20 Gesundheit hier Ich hab 20 Gesundheit hier Ich weiß nicht, die machen irgendwie so viel Damage, diese Dinger Man hat so wenig Leben Obwohl man eigentlich so viel hat Ihr werdet jetzt alle von mir auseinandergenommen Und die laufen auch alle vor einem weg Anstatt einfach in den Tod zu springen In mein Schwert Aber nein Die denken alle, die sind was besseres Verstehe ich nicht Alles auseinandergenommen Alles lauft Sogar die hier, die Die blühen können, die lauft Die sind ganz schrägen Weee Auseinandergenommen Nein, ich wollte nicht hoch Ja Toll Jetzt sind die wieder da, oder was? Was ist das denn für eine Aha, die kommen dann wieder, die Viecher Das ist bestimmt, weil ich auf Schwerspiele Deswegen ist das so heaven Aber egal Ich bin ein Mann oder eine Maus Ah, die sind ja lausig, die Typen Die sind kein Problem für mich Ah, die fetten Die sind eigentlich auch kein Problem Wenn man die erstmal ausgekontert hat Aber konter die erstmal aus Das ist richtig schwer Das ist richtig schwer, das zu prädikten Wann der Pisser zuschlägt Ich würde ja einfach über den springen Aber Ich würde den schon töten Bam Ich will das machen Ah, jetzt Ja, los Schlag zu, Mann Bist du high, oder was? Meine Fresse Herr mit dem Sack Oh, wie konnte man denn da durch? Konnte ich das schon? Hm, ne anscheinend noch nicht Okay Boah, ist jetzt so hell Oh my god Oh my god Boah, den hab ich jetzt auch mitgenommen Den hab ich mir gegönnt, den Typen Nein, der hat mich gehittet Sind das Drachen? Ja, ne Ich glaube, Drachen oder Die sehen aus wie von How to train the dragon Wie die kleinen fetten Gibt's hier irgendwas? Da oben? Ne Dann nicht Dann nicht, ihr Pisser Komm schon Die werden alle auseinandergenommen von mir Sind einfach nicht gut genug Komm schon Yeah Yeah That's how we roll Bitches Boah, ist ein schlau Oh, hat ich den schon mal? Hab ich den schon mal contestet? Boah Boah Fuck, fuck, fuck Oh my god, I'm scared Oh my god, aber wie viel damage Oh my god, wie contestet man diesen Gegner Boah Boah Ich dachte, der explodiert jetzt Und damage mich übel auseinander Auf jeden Fall Wir haben kein Leben Ja, easy peasy bis jetzt hier Ich brauche mal so ein Was ist das denn? Richtige Suicide Bomber Ja, ich will jetzt hier mein Leben auffüllen Okay, wir speichern erstmal Dann gehen wir Ach, einen Teleporterstein kann ich nicht teleportieren Ne, geil Cool Holy fuck Ich denke, genau Und die Teile treffen mich Oh, ein Blueprint Yes Blueprints On the hunt for fucking Blueprints Boah, das sieht so aus Als ob die Viecher mich treffen würden Gehen wir runter? Ja, ne Wir gehen runter Toll Der schwarze Mann Ich glaube, das soll eine Kuh sein Boah Auf jeden Fall brauchen wir Essen Richtig edles 480 für Eis Das ist schon echt happig Ey, der macht echt keine halben Sachen Mit den Dingern Der Pisser, ne Der will uns die Kohle Richtig abnehmen Die Sau, ey Ja, so coole Sachen Ja, so coole Sachen Portage 400 Das geht ja eigentlich Das ist eine richtige Drecksau Muss ich Nein, 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 nein Ich will was verkaufen Irgendwelche neuen Sachen erstmal verkaufen Hab ich überhaupt was? Ja, ein Stein Okay, das geht's Okay Warte, nein Oh mein Gott Mann Falscher Knopf Was ist das Kaufen? Wir haben 2500 Paar Trönchen Wow, ein paar Cakes Kaufen wir jetzt 6 Cakes Wir kaufen 4 Das reicht Richtiger Abzockerladen Und Scheiß, ey Die ziehen uns einfach richtig hart ab Ja, und jetzt Achso Äh Ist richtig hart Wir haben Schlüssel Aber wir müssen trotzdem Dieses Minispiele spielen Finde ich natürlich nicht schlimm Aber Trotzdem richtige Abzockerladen hier Ja Hui Warte mal rein Ich weiß immer nicht, ob ich mich treffe Oder nicht, ob ich mich da Erstmal Oh shit Doch nicht Aber ich brenne Hauf zu brennen Dicker Einfach so Wir brennen Erseh' ich nicht mal Schuldigung oder so Boah Boah, was war das? Das war irgendwas cooles Meine Fresse Wir haben so viel Leben verloren dadurch Das ist richtig asozial Atme ein Ich weiß halt nicht, was die Dinger von Radius haben Die explodieren einfach Cool Oh, ein Schlüssel Ein Hotkey Chicken Nehmen Sofort nehmen Essen Alles Direkt Die Explosion Hat man Heavy FPS Drops Aber wir machen das schon Was ist das denn jetzt? Boah, die hab ich fast übersehen Das war eine knappe Geschichte, Alter Ich kann's ehrlich sagen Was ist das hier? Für ein Aussichtspunkt Ach, auf den Finger Wir laufen auf den Finger Und der hat keinen Kopf Okay Es ist die Frage Gehen wir nach rechts Oder gehen wir nach oben? Gehen wir erstmal nach oben Würde ich sagen So spontan wie wir sind So mal ein Speicherpünktchen Was ich sehr geil finde Speichern wir erstmal Und dann gehen wir nochmal nach rechts unten Checken was da ist Weil da wo ein Speicherpunkt ist Och, das könnte richtige Weg sein Hier ist Ja toll Wie kriegt man das denn kaputt? Die Scheiße, Mann Mit so einer Frucht oder nicht? Aber ich hab nicht so eine Frucht Meine Fresse Ich raste gleich aus Gleich platzt mir das Hemd Scheiße hier Gespeichert haben wir schon Oh, ein Blueprint Für ein Anhänger Hm, das ist derselbe wie der Toll Brauchen wir nicht Die haben das Ding schon Außer wir können die Teile preiswert verkaufen Das wäre natürlich Aus Natürlich Überaus Peniziös Noch ein Speicherpunkt Sehr geil Immer speichern, speichern, speichern Dring Nice Dring Cool Und noch ein Blueprint 4 Verteidigungen 1 Angraft 2 Glöcke Ja, den haben wir ja auch einmal Toll Toller Blueprint Wieso ist es hier so dunkel, Mann I can't see shit Und wieso leuchte ich Und nicht irgendwie besonders Ist so krass, diese Explosion So heavy einfach Ein Popcake Ein Kürtchen Peace, bitch Well, das ist ja kein los Eheh, hehehe Eheh, hehehe Eheh, hehehe Eheh, hehehe Everyone, calm down, please Uh, not intentionally By the way Oh, those? They don't bother us And they tend to keep the other monsters away So, what brings you two this far outside Aurora? I'm Dust And this is my companion, Fidget We're here to deliver these materials on Augustin's behalf Oh, well, nice to meet you I'm Hayley And this is my brother, Maddy Maddy I believe he's a bit retarded Don't mind him I see you've got a blue Well, this doesn't look too hard Tell you Yeah, what do I need for, bro? Boah, cool 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 And, uh, just because I like you I'll give you a blue resonance gem Don't know if you caught it on your way up But there's a big blue door at the foot of Archer's Pass That this will open Okay Just inside the door is a teleporter That'll take you right up here Makes return trips A lot Cool I'll be honest Even with the shortcut at the foot of the pass I'm not sure I'll be able to make it up Hmm Well My dad did have these little receiver things You'd give to his regular customers Unfortunately I don't have any of them If I remember correctly One of my dad's customers dropped one somewhere Look at that Oh No, he messed up Boah, I think I'll die sterbe, man Ach, I'm here Oh, that went incredibly well I don't know, Fidget Oh, don't be so dense Fidget Fidget He didn't see the signals? She was giving That's great, Fidget That's great, Fidget Ah, then I'm here up Yeah, then you can go there But we don't have any chance But we don't have any chance Okay Okay Shit Okay, die kann uns jetzt diese Scheiße machen War das jetzt der letzte Punkt Von da? Ja, ne? Also es sieht so aus Wenn wir uns jetzt die Karte angucken Dann ist da Dann gibt's ja gar nix mehr Ja Kann ich, muss ich jetzt hier weg teleportieren Blauer Resonanzstein, ja? Öffnet Tür in derselben Farbe Ja, voll cool, ey Und jetzt ist hier oben Ist das diese blaue Tür, oder was? Oder dieses Scheißteil da Fuck, ich hab keine Ahnung Warte, wir sind doch hier hoch Ich bin nicht über die scheiß Brücke Ich bin nicht über die Brücke Dann bin ich da runtergefallen Hier gibt's gar nix Oh weh Really? Cool Cool Es gibt einfach nix hier Gut, dann Hier war die reizende Schmiedin Dann Gehen wir noch zu der Tür Ja, wir gehen noch zu diesem Ding da Hier Ach Tatsache, damit gehen die Dinger auf Ja cool, was ist das denn für ne Scheiße? Achja Wir lesen uns noch die Notiz durch die wir bekommen haben Macht ihr könnt nur sagen, dass ich hier im Käfig gesetzt habe Jetzt ist hier Was wäre der Alkohol Über die Holzbrücke Und nach oben 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 Wie es gehen Was gehen wir jetzt Wenn wir später Wir gehen später Wir haben irgendeine neue Kampfkunst Scheißegal Vielen Dank fürs Zuschauen meine Übergang Pelikane Wir sehen uns das nächste Mal wieder Wenn wir Um dieses nächste Gebiet glaube ich gehen Und ich weiß Da ist doch irgendwo eine Tür Wo das eine ist Wo so ein Wo so ein Tor ist Aber Scheiß auf den Schatz Spuck auf den Vielen Dank fürs Zuschauen Ihr seid übelgeil Haut rein Bis zum nächsten Mal